so willkommen bei einem neuen video mal gucken was man heute reißen nazi zombies the final reich was drücken drücken sie l3 für den schnelleren abgang also bd hast du es gerade gedrückt anja sag was immer dasselbe sagt beweg dich das ist aus wie so ein schokobock nein warte wie heißen die runden kugeln dein kopf war warte mal das sieht aus wie so eine wie so ein ach bonbon da macht die bahnkopf das kann man bestimmt schön vermaßen Was ist das? Das sieht aus, als würdest du springen wollen, aber du wärst zu blöd dafür. Vor allem, ich muss auf Viereck nachladen. Habt ihr alle Ventile schon benutzt? Ja, die zwei hier sind. Auf andere Weise nicht mehr, wo es ist. Wenn da noch irgendwo eins war. Jaja, es muss nur eins offen sein. Weil... Seht ihr den Gang? Sicher, weil das kann man schon einschalten. Okay, dann... Soll ich? Ja, mach halt. Wie soll ich runtergehen? Ja. Sind die rote Quallen oder runtergegangen? Weiß ich nicht so genau. Konnte ich nicht definieren. Ne, Medik hast du schon aufgemacht hier. Sekundär nehmen. Sekundär nehmen. Und dann... Ja. Ja, das geht schon. Was ist das? Ich weiß, was das am Anfang ist. Das heißt, schnellere Wiederbelebung. Ja, und jetzt? Wenn man mich wiederbeleben sollte zum Beispiel, geht es schneller. Ja, was hast du wieder? Ich dachte, es sei mal wiederbeleben. Komm, das hast du anfangs auch gedacht. Nein, das habe ich nicht gedacht, weil es in Video 2 auch schon so war. Hm. Wer hat da einen Front aktiviert? Ich nicht. Mir kommt irgendwie vor, als ob gar nichts los ist hier. Da sind noch vier Spiele. Da verteilt sich das Video so. Wir öffneten da die ganze Zeit was. Ja, weil die verbraucht am wenigsten Munition ist. Das ist ein Mann, ein Rudel. Das ist wie das Sprachfehler. Und verbraucht am... Warte, ich habe genug. Hä? Hä? Das ist ganz cool. 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 Wie warst du? Jetzt? Jetzt hast du genug, oder? Was war los jetzt? Okay. Die sehen aus wie bei der Mumie, der Film, also nicht, also der richtige Film. Ich tue erstmal schnelleres Wiederbeleben kaufen. Da habe ich zwar wieder nichts, aber... Guck mal wie ihr rumschimmelt. Guck mal auf meinen Bildschirm. Ich bleib hier oben. Ich mache noch die Waffe, solange ich es mit der Waffe noch scheiße. Guck mal auf meinen Bildschirm. Guck mal auf meinen Bildschirm. Nimm den bitte. Weil... Das ist ein Sniper? ich werde kein richtiges arschloch zu euch sein ich werde mich front drücken okay der hat gedrückt oh die gibt es nicht mehr zu ich will nämlich mehr geld ein wie ihr und ich komme mir direkt wieder munition richtig aber ich habe hier oben mehr spaß so von geld her